Heute möchte ich euch einfach mal einen von Herzen kommenden Ausflugstipp geben. Und zwar geht es hier um das Naturreservat Grimsholm. Das liegt in der Nähe von Falkenberg an der Westküste oberhalb von Halmstadt. Wir waren dort vor ein paar Wochen und das war wirklich, wirklich wunderschön. Denn man hatte das Gefühl, dass sobald man um irgendeine Ecke gegangen ist, wieder eine völlig andere Landschaft war. Und ja, ich denke die widersprechend für sich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020